Hallo und herzlich willkommen. In diesem Tutorial richten wir einen Workflow in JTL-Wawi ein. Alle Aufträge, die in JTL-Wawi bezahlt und komplett lieferbar sind, sollen automatisch ausgeliefert und farblich markiert werden. Wir öffnen die Workflow-Verwaltung unter Einstellungen, Workflows. In der Workflow-Verwaltung wechseln wir in den Reiter Aufträge. Wir wählen als auszulösendes Ereignis Komplett bezahlt und klicken auf Hinzufügen. Dann vergeben wir einen sinnvollen Namen für unseren neuen Workflow. Unter Anwendung bestimmen wir, für welche Anwendung unser Workflow greifen soll. In unserem Fall soll nur JTL-Wawi aktiviert bleiben. Unter Ausführungszeitpunkt lassen wir sofort aktiviert, da unser Workflow immer sofort ausgeführt werden soll, wenn ein Auftrag bezahlt wird. Für gewöhnlich, wenn wir einen Workflow einrichten, würden wir jetzt eine Bedingung definieren, die bestimmt, wann unser Workflow ausgelöst wird. Da wir als auszulösendes Ereignis aber schon Auftrag komplett bezahlt gewählt haben, müssen wir keine Bedingungen definieren. Der Workflow wird immer ausgelöst, wenn ein Auftrag komplett bezahlt wird. Wir definieren daher direkt die Aktion, die ausgelöst werden soll. Das machen wir mit einem Klick auf Neue Aktion. Im Dropdown wählen wir den Punkt Ausliefern. Wir müssen die Auslieferung auch konfigurieren. Daher klicken wir auf den entsprechenden Button. Jetzt öffnet sich das Fenster für die Konfiguration des Versands. Nähere Informationen über alle Möglichkeiten, die der Versand in JTL-Wawi bietet, finden Sie in unserer Online-Dokumentation und in einem anderen Video. Im oberen Dropdown entscheiden wir, ob wir Teillieferungen per Workflow ausliefern möchten. Wir entscheiden uns dagegen und nehmen daher keine Änderungen vor. Unter Warenläger-Lieferanten können wir festlegen, aus welchen Lägern wir per Workflow ausliefern lassen möchten. Außerdem können wir hier bestimmen, ob wir Waren per Dropshipping auch automatisiert mit dem Workflow ausliefern lassen möchten. Wir möchten ausschließlich unser Standardlager benutzen und lassen daher die Dropshipping-Optionen deaktiviert. Als nächstes öffnen wir die erweiterten Optionen. Hier legen wir nun genau fest, was alles beim Ausliefern erledigt werden soll. Wir möchten eine Rechnung erzeugen und diese auch direkt ausdrucken und lokal speichern. Auch einen Lieferschein möchten wir ausdrucken und speichern und aktivieren hier die entsprechenden Checkboxen. Da wir auch den Versand setzen möchten, wechseln wir in den Reiter Versand. Hier ist die oberste Checkbox wichtig. Nur wenn wir hier den Haken setzen, wird unser Workflow auch den Versand setzen. Wir möchten außerdem unsere Versanddaten direkt an unseren Logistiker übergeben. Dafür aktivieren wir die Checkbox Versanddaten exportieren und wählen bei der Etikettenausgabe aus Versandart. Bitte beachten Sie, dass dafür natürlich in unseren Versandarten die Übergabe der Daten an den Logistiker konfiguriert sein muss. Wie man das genau macht, erfahren Sie in unserer Online-Dokumentation und in einem anderen Video. Jetzt sind wir mit der Einrichtung der ersten Aktion unseres Workflows fertig und bestätigen zweimal mit OK. Als nächstes möchten wir alle Aufträge, die durch den Workflow ausgeliefert werden, farblich markieren, damit wir immer den Überblick behalten, welche Aufträge automatisiert und welche manuell ausgeliefert wurden. Dafür klicken wir auf Neue Aktion und wählen im Dropdown den Punkt Farbcodierung. Im Dropdown daneben wählen wir die Farbe aus, die der Auftrag, der mit diesem Workflow ausgeliefert wurde, erhalten soll. In unserem Beispiel wählen wir ein helles Grün. Wir haben nun alle Einstellungen abgeschlossen und unser Workflow ist fertig eingerichtet. Wir empfehlen die Workflows immer mit einem Klick auf den entsprechenden Button zu testen. Für unseren Test müssen wir einen komplett bezahlten Auftrag auswählen. Dafür klicken wir zunächst auf die drei Punkte und wählen aus der geöffneten Liste einen Auftrag aus. Anschließend klicken wir auf Workflow simulieren. Im Statusfenster sehen wir, dass der Workflow erfolgreich getestet wurde. Jetzt sind wir mit der Einrichtung des Workflows fertig und speichern unseren Workflow mit einem Klick auf OK. Wenn jetzt ein komplett bezahlter Auftrag in JTL-Wawi angelegt wird oder von einem Vertriebskanal wie zum Beispiel eBay abgeholt wird, wird dieser direkt vollständig ausgeliefert und entsprechend eingefärbt. Unter Versand – Versendete Lieferscheine wurde zum Auftrag direkt ein Lieferschein erzeugt. Dies war ein Video-Tutorial über die Einrichtung eines Workflows und ich freue mich darauf, Sie im nächsten Tutorial begrüßen zu dürfen.